Nein! Äh, jetzt ist er weg. Oh! Neuer Porsche. Und willkommen zurück zu GTA 5. Fang direkt mit Telefonieren, was ist los? Oh, aufgelegt. Im Verlauf des Spiels triffst du Kontaktleute, die dir bei Raubüberfallen helfen können. Dadurch hast du die Wahl zwischen weiteren verschiedenen Crewmitgliedern. Yeah! Also ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Viele von euch kennen es wahrscheinlich schon... Ah, warte als viele, aber Leute, die es halt auch spielen, die sind wahrscheinlich schon viel weiter als ich. Ich zeige ja immer nur so viel, wie ich hier quasi aufnehme. Und was der Polizeiwagen hier hatte, ich bin letztes Mal noch ein bisschen rumgedüst. Und dann gab es noch eine kleine Zusatzmission, wo ich dann... Ähm, ich glaube meine Frau oder Tochter irgendwie abholen musste. Mit dem Polizeiwagen natürlich. Und deswegen steht er hier, weil ich dann quasi danach hier eingeparkt habe. So, jetzt machen wir aber generell mal weiter. Ich habe hier mal mehr Autos. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Und fahren da hinten mal zu dem Fragezeichen. So. Genau, zu dem Fragezeichen hier. Fremde und Freaks. Relativ... Oh, relativ einfacher Weg. Hey! Hey! Da sind ja auch teilweise immer ein paar Zusatzmissionen. Und nochmal ein kleines Update. Rockstar hat ja relativ viele Kanäle gestrikt. Und... Oh... Die haben auch ziemlich harte Richtlinien. Deswegen habe ich die Musik jetzt auch komplett aus. War ja in den letzten Parts auch schon. Boah, was hat denn ein Porsche? What the fuck, bleib hier! Mich haben! Nein! Äh... Jetzt ist er weg. Oh! Neue Porsche. Lass mich da rein! Alter! Komm, Opa! Steigt aus und stolpert direkt. So ist das gut. So macht das Spaß. Jetzt gehen wir hier schön durchplästern. Auch da ist ein ganz gutes Stück eigentlich. Ne, doch nicht. 600 Meter. Huh! Wow! Ach, geht aber für die Geschwindigkeit. Boah! Pass! Ah, die Steuer ist echt cool von den Karren. So, da hinten ist es, aber hier ist irgendwie noch so eine Sprechblase. Was ist das denn? Sprechblase. Sprechblase. Wow, was war das? So, mal gucken wir mal. Komm in, Michael. Ach! Danke, Doc. Der Psychiater. Der Psychiater. Ich bin da einfach so reingezogen. Ich hab das Haus vom Hügel gezogen. Ich hab das Haus vom Hügel gezogen. Ich hab sogar noch einen neuen, auch. Dieser Kind. Mit, ich weiß nicht, äh, 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 äh. Ein ganzes Sitzungspaket? Ist das teuer? Ich hab mal Ja geklickt. Oh. Das ist 500 gekostet. Was haben wir dort gebracht? Oh, Achtung. Ja, Speicher. Boah, was für Karren hier vorbeifahren? Ja, genau. Ist noch so ein kleines Ding. Nee. Mmh, nee. Voll geil, wenn man sich so Autos aussuchen könnte. Der ist ganz cool. Oh, fuck. Der. Oh nein. Der. Scheiß. Der, der. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Und ab geht's. Oh, warte. Neues Ziel. Ach ne, gar nicht altes Ziel. Immer nur zum Fragezeichen. Sorry. Das ist ja geil, dass ich mein Auto kann damit rumfahren wie ich möchte. Arschlecken. Also jetzt hier hoch. Oh. Aber wir fahren relativ wenig Bullen rum im Moment. Was hat Fragezeichen jetzt weg? Ne, ne? Doch. Scheiße. Was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten? Ne, da hab ich keinen Bock. Ich war jetzt erstmal einer M. rum. Ich weiß, wir zurück nach Hause. Rumgepimmelt hier. Nix geschafft. So, jetzt waren wir eine M.O. machen. Eine Mission. Auch der andere ging aber besser mal Kurve. Ärgerlich. Boah, ist der lahm. Aber ist klar, der wiegt auch irgendwie schwerer als der andere gerade. Oh. Vielleicht hab ich mal meinen gelben Balken, aber ich weiß nicht wofür. Oh, Haube weg. Oh, das ist total Bullshit. Oh. 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 Guck mal, Michael hat sogar einen Tennisplatz. Ah ja, man darf auch in den... Ich weiß gar nicht, ob ich da gerade unterbrochen habe. Ich hatte ja gesagt, man könnte ja mal einen Part machen, wo man nur diese Nebenspiele macht. Und das darf man gar nicht. Man muss quasi... Boah, ist das ein Wagen. Also ich darf jetzt keinen Part machen, wo ich zeige zum Beispiel, heute gehen wir mal Golf spielen und zeigt dann nur das Golfspiel. Da darf man nur zeigen, wenn es halt im Kontext mit dem Let's Play ist. Also wenn ich jetzt hier eine Mission mache und danach eine Runde Golf spiele, dann ist das okay. Aber ich darf jetzt nicht nur den Part, ich spiele Golf benennen. Also so, dass ich nur Golf im Inhalt habe. Das darf man nicht. Pappis kleines Mädchen heißt die Mission. Schon wieder übernachtet. Ich glaube, er ist leicht genervt. Du schmerztest. Du schmerztest. Nassimisch. Wirklich? Ich habe immer das, ich von mir klingelt, was das oder das oder das. Es gehts. Was? Ihr sagt, du schmerz. Es gehts, du schmerz. Es gehts, du schmerz. Es gehts, du schmerz. Du schmerz nicht, kleiner Arschluss. Ich kann mir nicht glauben, dass du das gemacht hast. Das ist mein TV. Du mit mir nicht beszoll. Ich kann mir nicht glauben. Baby, meine Mutter war richtig über dich. Du wirst nicht mehr wissen, und du kannst es helfen, aber du bist ein verdammt. Ja, warum sollst du etwas machen, dann? Besonders, du stand da. Warum sollst du mich aufhören? Ist das, was du willst? Du bist aufhören? Ja! Nein! Ich möchte, du etwas machen. Besonders, du sit da, essen! Ja, großartig. Dankeschön für die Verdachtung, Dad. Das bedeutet viel. Warte. Ich versuche, dich zu helfen. Oh, weint er jetzt? Ich bin sorry. Ich wünsche, wir können Dinge zusammenfassen. Was Dinge? Ich weiß nicht. Geh auf Walken. Clayball. Du weißt, ich habe schlechte Glanz. Bike-Ride, dann. Bike-Ride. Bike-Ride. Du willst auf eine fucking Bike-Ride? Fine, fine. Let's go auf eine fucking Bike-Ride. Fick mich. Jetzt machen wir eine Fahrradtour, WTF? Och. Och. Ich bin so erzürnt. Ich könnte gegen die Wand boxen. Ich bin so erzürnt. Ich bin so erzürnt. Ich bin so erzürnt. Du kennst das? Du kennst das? Jetzt fahren wir zum Fahrradverleih? Okay. Ich glaube nicht, dass die Mission uns hier großartig weiterbringen. Aber es wird schon mal witzig. Gucken was da rauskommt. Kann nur schlimm enden. Oh, Glück gehabt. Jetzt hat das Haus keinen Strom mehr. Oh, oh, da wird eng, da wird eng. Oh, Glück gehabt. Uh. Also wenn er drauf ankommt, boah, coole Karre. Scheiße. Ich will jedes Auto fahren. Wenn ich drauf ankomme, dann kann ich natürlich nicht so geil fahren, ne? Boah. Abgesehen des von dem Anfang. Ein Fahrrad aussuchen. Ich lindert mir nichts. Ja, komm. Hatte ich früher auch mal. Oder habe ich immer noch? Geht das nicht? 700 Fahrrad, Mann. Ach, mein Gott, bin ich behindert. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ja, das erinnert mich doch an San Andreas. Ah, jetzt, jetzt hierher. Okay. Bani Hoppen in R1. Bam. Scheiße. Yeah, what's good. Boah. Also wer es kennt, ich bin früher Flatland gefahren mit BimX. Könnte mal eingeben. Oh, geil. Was war nicht so erfolgreich? Ach, Mann, oh. Ein Wettrennen, Alter. Da kann er gar nicht fahren. Aber lass ihn mal gewinnen. Cool. Boah, es gibt aber Gas. Ich will den ja gewinnen. Lass erfreuen er sich. Sorry. Sorry. Oh, oh, oh. Ich glaube, die mögen mir nicht mehr. Warte, kann ich hier ein 360 machen? Ne, 180. Okay. Ja, noch nicht mal. Schade. Und Wili. Wili geht nicht. Jetzt aber. Ne, doch. Boah. Oh, scheiße. Ich glaube, ich lasse ihn gewinnen. Er freut er sich. Hey, Blue. Hey, Blue. We still gonna do it? To the end. All the way. I'm about to pass out. When I wake up, please let this night there be over. Dann gib doch Gas, Mann. Hat der sich... Boah, cool. Ach, hier ist das. Macht der denn da? Schiebt der? Die sind beide aber voll im Arsch. Das überholen mich doch mal. Ich steh doch. Oh, ja. Stehen wir dich rum. Nein, er gewinnt. Komm, freu da sich. Freu dich. Woo. Das ist es. Nummer 1, pal. Du, oh, mir, die TV. Hey, ich habe nie mit dem Wort. You know, das ist wirklich schön, Dad. Bedeutung, guten Zeiten. Ja, ich gebe es mir die beste Schreie. Hey, wir haben Spaß, richtig? Du wirst nicht Spaß haben, wenn es auf deinem Gesicht sitzt. Ah, komm. Ich meine, warum muss ich deine Hande durch diese ganze Krise-Krisis-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises? Was? Weil sie tracierk nicht verkauft, dass sie keine Brahe, die sie nicht aufzüren, weil die Schreie in der Hauskirzen nicht kaputtet werden. Tracierk nicht verabschieden oder verabschieden meine Yacht. Das ist nur weil sie zu viel zu spüren von Jäuten zu kramen, um auf TV zu kommen. Du bist nicht so mit meiner Söhne. Ich bin entschuldig, aber es ist wahr. Ich meine, mit ihrem Leben Invader-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises-Krises. Was? Was ist das? Na eigentlich, das alles passiert genau da. Was? Schon ausgezogen? Ab geht's! Oh. Geht zur Kante des Bieres. Ich muss doch lesen, wie soll ich ihn dann gleichzeitig drücken? Weiß ich weiß nicht, guck so dahin, Leser, und dann war der Pi aber schon da, dann konnte ich nicht mehr drücken. R1 zum Tauchen. Kleine Schwimmstunde, aber das ist cool gemacht. Ich weiß doch, früher den GTA-Teil im Wasser gefallen, tot. Ich weiß gar nicht, ich konnte mal bei vier schwimmen. Oh, ich sollte hoch. Ich konnte mal bei vier schwimmen. Schreibt es in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, hier ist bei mir relativ spurlos an mir vorbeigegangen. Aber der Teil macht jetzt echt Bock. Echt Bock. So, Papa kommt. Und zieht die Tochter wieder an. Boah, cool, Jet Skis. Komm, schneller. Ja, oh, ja, so ist gut, so ist gut, ja. Oh, ich bin da. Warte, wie war das? Danke. Cool. Ja, ich bin ein Tänzer. Ja. Hey, Mann, Jet. Whoa, whoa, whoa. Ja, cool. Ich bin da. Ich bin da. Dad, du hast mich verbrannt. Es sind meine Freunde. Ja, du hast ihn verbrannt, Mann. Sie schreien Porno hier. Sie schreien Porno überall in der Stadt. Meine Mutter haben uns das Haus zu ihnen letzte Sommer. Was? Ja. Man, du hast eine Killer-Pad machine. Ist das super? Du bist so ein Wichser. Ich finde ihn voll cool, den Typen. Cool. Jetzt geht's los. Woher, woher, woher? Ja, er hat zwei Weile sich zu beschleunigen. Alter, die schießen direkt und hat die Perle Sitzung hinten drauf. Tringen die Verfolger ab. Gut. Ja, eins halten, um scharfe Kurven zu fahren. Okay. Oh. Kann ich denn hier her, Mann? War sehr gut hier. Dann ist voll geil. Auch der Autor hat Wasser wieder spiegelt. Oh, fuck, der ist relativ nah dran jetzt, ne? Auf der Karte kann ich da hinten nochmal rechts. Nein, jetzt kommt er mir gegen eine andere. Der wartet da genau. Kein Problem, der wartet da einfach auf mich. Boah, wie das Bock machen würde. Ne, bin ich leider noch nicht in echt gefahren. War zwar mal nah dran. Wie soll ich dich denn abschütteln? Ich weiß gar nicht, wo die sind, Mann. Sind die direkt, ne, ein bisschen weiter weg, glaube ich, ne? Und ich fahr mal durcheinander rechts. Ach, jetzt sind wir San Andreas, cool. Begebt dich zum Ufer, aber wo? Ich will nicht so weit laufen. Ach, da hinten, warte. Die Psychos. What the fuck. Fuck, fuck, fuck. So, jetzt fahr mal hier durch. Ah, da hinten ist der Pia. Wow. Soll aber super anstrengend sein, wenn man die ganze Zeit so fährt wie ich. Das Ding ja immer festhalten muss. So, da hinten ist der Pia. Sehr gut. Gleich da. Kann ich da springen? Nö. Oh, ich will auf die Achterbahn. Kann ich auf die Achterbahn? Black Screen, was los? Ja. Schnell wie ein Fisch. Ach, Mann. Schnellstes Tempo, 123. Ja, toll. Ich hätte einfach durchradeln müssen, volle Lutsche. Egal, Silber ist auch gut. Der Umweltvorschmutzer ist hier die Achterbahn. Mich als Fahrzeug Easy wurde beschlagnahmt. Fahrzeuge können gegen eine kleine Gebühr ausgelöst werden. Ach so. Nein. Schon okay. Wo ist jetzt die Achterbahn? Achterbahn? Ach da. Triathlon ist jetzt verfügbar. Was hier alles gibt, ist der Hammer. So, wir rennen jetzt aber mal zu der Achterbahn und fahren da mal eine Runde. Einfach mal zu gucken, ob das geht. Schneller. Lauf, mein Freund. Los. Ich drücke mal schneller. Okay, hier ist die Achterbahn. Ne, da ist das Riesenrad. Wo hält denn die Achterbahn? Hier ist da gar keiner. Hier ist das Riesenrad vielleicht dahinter. Ich glaube, warte, hier geht es irgendwo hoch. Ja, hier muss ich hoch, oder? Exit. Verdammt. Enter. Sehr gut. Alles klar. Hier läuft doch noch mehr im Kreis. Aber ich würde sagen, auf der Achterbahn. Auf die Achterbahn. Da gehen wir am nächsten Part. Haut rein. Tschö. Tschö.